Hallo bei Neuffallmedizin. Heute mal ein ganz, ganz neues Format und zwar über Skype. Wir haben uns ja vorgenommen, immer mal wieder Experten mit zu Neuffallmedizin-Videos dazu zu holen. Ihr kennt das schon von Atemwegsicherung und so weiter und heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar den Jan. Der Jan arbeitet in der Psychiatrie, ist Psychiater und ist deswegen der ideale Ansprechpartner für mich, um über psychiatrische Notfälle zu reden. Außerdem, das will ich gleich vorweg schicken, hat Jan genauso wie wir auch ein Fable für Foam-Bewegungen und für kostenlose Medizin-Weiterbildung. Er macht einen genialen Podcast, PsychCast, so sind wir beide auch zusammengekommen. Den solltet ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr euch zu Psychiatrie weiter bilden wollt. Ein ganz tolles Format, ganz angenehm zu hören. Großes Lob dafür. So, Jan. Hallo, Philipp. Hallo, liebe Nerdfallmedizin-Zuschauer. Ich bin geehrt, bei euch sein zu dürfen. Ja, wir freuen uns, dass du da bist und jetzt wirst du auch schon direkt mit der ersten Frage bombardiert. Und zwar psychiatrischer Notfall. Da fällt mir ein, die dilirante Patientin im Pflegeheim, die vielleicht eine Demenzerkrankung hat. Dann fällt mir ein, der agitierte, alkoholisierte Patientin mit einer chronischen Alkoholintoxikation. Dann fällt mir ein, die akute Psychose eines Patienten, der vielleicht Wahnvorstellungen hat. Das sind alles psychiatrische Erkrankungen. Deswegen, Notfallmediziner mögen es ja einfach. Da kann ich wahrscheinlich immer gleich behandeln oder vielleicht lieber doch nicht. Wie siehst du das als Experte? Also, der psychiatrische Notfall ist ja oft dadurch erkennbar, dass es irgendwie gefährlich oder brenzlig ist und ich gar nicht weiß, warum. Und ich auch erst mal nicht genau weiß, wie ich die Lage unter Kontrolle bringe. Und wenn man jetzt ein Lehrbuch schreiben würde und die Sache akademisch beantworten würde, würde man sagen, natürlich soll man die Diagnose möglichst gut stellen, damit man spezifisch behandeln kann. Also wenn einer jetzt, sagen wir mal, einen Blutzucker von 25 hat und in diesem Rahmen durcheinander ist, dann ist Glucose die bessere Behandlung als eine Sedierung. Und es gibt auch so ein paar Leitsymptome, die darauf hinweisen können, was hier eigentlich Phase ist. Also wenn der Patient in seinem Badezimmerschrank oder in seinem Nachtschrank ganz viele internistische Medikamente hat, dann kann es gut sein, dass jetzt irgendwie eine dekompensierte Herzinsuffizienz oder eine Luftnot die Ursache ist. Und dann muss ich auch ursächlich behandeln. Und manchmal reicht auch eine einfache Beobachtung aus der Entfernung. Wenn ein Patient sehr schnell atmet und trotzdem irgendwie Luft nötig wirkt, dann gehe ich gar nicht erst davon aus, dass das ein psychiatrischer Notfall ist, auch wenn der verwirrt ist und mit Dingen nach mir wirft. Dann weiß ich irgendwie, das ist jetzt somatisch und ich muss versuchen, möglichst zügig an die Diagnose oder an eine erste Verdachtsdiagnose zu kommen, um vernünftig zu behandeln. Aber in der Realität sind es ja dann oft junge, kräftige Männer, die keins von diesen Symptomen so auf dem Präsentierteller haben und trotzdem gefährlich sind. Und dann kann es schon mal sinnvoll sein, eine symptomatische Behandlung zu starten, mit dem Ziel erst mal die Gefahr für den Patienten und für die Umstehenden und auch für die Behandler zu reduzieren und überhaupt mal Übersicht über die Sache zu kriegen, damit ich dann mal in Ruhe eine Anamnese erheben kann und überhaupt mal in Ruhe rausfinden kann, was los ist. Und manchmal geht das so ein bisschen Hand in Hand. Also dann fange ich mit Talkdown an und kriege dann erste Hinweise. Ja, okay, er hat schon getrunken, aber mehr weiß ich noch nicht. Und dann habe ich so ein bisschen eine Verdachtsdiagnose und dann fange ich ein bisschen mit der Behandlung an und später kriege ich dann vielleicht erst das ganze Bild. Aber dafür ist es schon wichtig, dass man also so ein paar Leitsymptome versucht rauszufinden, so viele Umgebungsinformationen wie möglich zu sammeln, den Kontext zu berücksichtigen. Uns ist schon auch wichtig, dass man ein paar Sedativa kennt, mit denen man Gefahren abwenden kann und die trotzdem üblicherweise nicht dazu führen, dass der Patient jetzt ohne eigene Atmung zusammensinkt und ich noch mehr Probleme produziert habe, als ich vorher schon hatte. Ja, da sind wir doch schon bei einem spannenden Punkt. Du sagst einige Sedativa. Jetzt hätte ich erwartet, wenn du aus der Psychiatrie kommst, du würdest doch bestimmt jetzt über das Haldol ganz viel sprechen, weil das ist ja das einzige Medikament, was wir im Rettungsdienst haben, was so für psychiatrische Patienten geeignet zu sein scheint und auch häufig das Einzige, was wir in Notaufnahmen haben. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, naja, 10 Milligramm Haldol ist die erwartete Antwort von dir. Also Haldol ist ja ein sehr wirksames Neuroleptikum und wenn jemand Wahn und Halluzinationen hat, ist das ein sehr gutes Medikament. Es wirkt nach 10 Tagen ungefähr gegen den Wahn und die Halluzinationen. Vorher wirkt es schon ein bisschen sedierend und in einer höheren Dosis wirkt es auch ganz gut sedierend, aber Wahn und Halluzinationen klingen erst nach 10 Tagen ab und manchmal auch später und natürlich manchmal auch früher, aber jedenfalls nicht innerhalb von einer Stunde. Ganz vereinzelt kann man schon mal sehen, dass so eine formale Denkstörung innerhalb von ein paar Minuten abklingt, wenn man Haldol oder Neuroleptikum parenteral gibt. Früher durfte man ja noch Haldol IV geben, jetzt darf man andere Neuroleptiker noch IV geben. Da werden manche Denkstörungen schnell besser, aber die Kernsymptomatik der Psychose braucht 10 Tage. Das heißt, um das zu behandeln, das ist keine Indikation, die im Rettungsdienst eigentlich relevant ist, weil das viel zu lange dauert. Damit kann man dann auch in der psychiatrischen Klinik anfangen. Im Rettungsdienst will man sedieren und da ist Haldol eigentlich kein besonders gutes Sedativum. Es ist zwar sehr wirksam, aber es hat ja auch viele Nebenwirkungen. Also die roten Handbriefe sind ja jetzt ernst. Also man darf es aus gutem Grunde eigentlich nicht IV geben. Man darf es schon noch unter Monotorkontrolle IV geben und das wird ja in der Notfallmedizin auch immer noch gemacht und auch auf Intensivstationen. Aber die QTC-Zeitverlängerung mit der Gefahr von Torsaden und Herzstillständen, die ist unter Haldol ziemlich hoch. Und es gibt andere Sedativer, die das Problem nicht haben. Haldol ist schon auch noch sonst relativ gut anwendbar, wenn jemand alkoholintoxiziert ist und trotzdem dringend sediert werden muss und Benzos wegen der Alkoholintoxikation nicht gut gehen, dann geht Haldol schon. Nicht IV, aber man kann es ja auch IM geben. Das wirkt schon ganz gut. Aber es hat schon sehr viele Nebenwirkungen. Und auf dem Rettungswagen hat man ja... Ja, das ist spannend, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, denn das ist tatsächlich ja die nervigste Aufnahmeindikation auf einer Intensivstation, die mir immer so unterkommt. Patientzustand nach IV, Haldol, jetzt zur EKG-Überwachung. Und da schüttelt man im Kopf, weil das sind ja Patienten, die haben Haldol mit einem Grund bekommen, weil sie kaum führbar sind. Und dann liegen die auf einer Intensivstation, wo sie auch weiterhin kaum führbar sind. Das ist sehr ärgerlich und das müssen, glaube ich, die Kollegen, die zum fahrenden Volk gehören, auch nochmal ganz explizit sagen. Also wenn Haldol dann IM und nicht IV, wenn man möchte, dass der Patient danach eine psychiatrische Einrichtung kommt. Ja. Und es gibt ja auf jedem Rettungswagen drei Medikamente, die besser in der Sedierung sind. Fast immer ist doch Diazepam, Midazolam und Propofol auf dem Wagen. Ich weiß nicht, Midazolam, glaube ich, nicht immer, aber auch meistens, oder? Andersrum, Midazolam eigentlich immer Diazepam, eher seltener. Ja, Midazolam ist noch viel besser, weil es eine kürzere Halbwertszeit hat. Ein Sedativum soll ja gut steuerbar sein, deswegen ist eine kurze Halbwertszeit gut. Und Midazolam kann man sowohl IV geben als auch nasal, was total praktisch ist, wenn der Patient noch fremdaggressiv ist. Das zieht man einfach in den Spritze auf. Ihr habt bei Nerdfall Medizin ja auch ein Video dazu gemacht mit dem Brot. Na klar. Kann man das applizieren? Das ist super. Das ist viel besser als Haldol. In praktisch jeder Situation, in der Haldol gegeben wird, weil die Not groß ist, ist Midazolam nasal besser. Außer bei der Alkoholintoxikation, da muss man auch mit Midazolam natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Aber das sediert sehr gut und hat viel weniger Nebenwirkungen, ist viel sicherer, ist auch besser steuerbar, weil es dann auch bald wieder abklingt. Und das ist viel besser. Also es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, im Rettungsdienst Haldol zu geben. Gibt es denn, das ist ein spannender Punkt, das hätte ich auch so gesagt, also Benzos sind einfach spitze, Midazolam vorneweg. Gibt es denn eine Patientengruppe, vielleicht eine Diagnose, wo du sagen würdest, also Achtung, da mit den Benzos ordentlich aufpassen, abseits vielleicht von der Alkoholintoxikation. Die kann man ja dann, wenn man die gut überwacht, dann ist ja die Art Depression, vor der man dann Sorge hat, überwachbar, sage ich mal. Aber mich würde deine Einschätzung vor allem interessieren beim Delir. Da sagt man ja, das ist doch pro Delirogen, das ist doch dann eigentlich nicht so gut, denen jetzt Benzos zu geben. Wie siehst du das? Ja, also kurz bevor ich zum Delir komme, ich habe noch eine Ausnahme, wenn einer Opiat intoxiziert ist oder unklar mischintoxiziert ist, dann kann man mit Benzos natürlich auch ein Problem entwickeln, weil dann die Atemfrequenz sinken kann und auch ein bisschen unvorhergesehen. Das kann auch die alte Dame mit dem hochdosierten Fentanylpflaster sein. Das kann auch der auf der Straße sein, der jetzt ein Opiat hat. Da muss man mit Benzos natürlich vorsichtig sein. Ansonsten sehe ich das wie du. Also den Alkoholpatienten kriegt man meistens auch ohne wilde Sedierung geführt. Und da ist manchmal auch einfach die Fixierung besser als die medikamentöse Sedierung. Und dann wartet man einfach. Die Alkoholintoxikation klingt ja ab. Ja, und das Delir ist wirklich eine super spannende Frage. Wie behandle ich denn am besten im Delir? Da ist es ja so, seit der Mensch die Medizin erfunden hat, sind Neuroleptika und Benzodiazepine die Mittel, die so gegeben werden. Und fangen wir mit den Neuroleptika an. Das macht fast jeder Kliniker. Und die Meta-Analysen dazu sind so, dass rauskommt, dass Delir profitiert überhaupt nicht von Neuroleptika. Also weder von Haldol noch von Rispedal noch von Quetziapin. Es wird auch nicht schlechter, aber es wird auch nicht besser. Nun ist es fast nicht möglich, Delirien in kontrollierten doppelblinden Studien zu behandeln, weil Delirante Patienten nicht einwilligungsfähig sind und ein Betreuer, der in eine Studie einwilligt, das ist völlig lebensfremd. Und deswegen glaube ich, und das ist auch in den Studien so zu lesen, dass das nur so beginnende Delirien oder so leichte kognitive Störungen sind und kein echtes Delir. Im echten Delir würde ich schon auch noch ein bisschen Rispedal geben oder auch mal Haldol im Alkoholentzugsdelir. Das ist üblich und wirksam und Kliniker machen das alle so. Auch wenn die Literatur außerordentlich mau ist, aber das kann eben systematische Gründe haben. Und bei den Benzos ist es so, früher hat jeder Delirante Patienten Benzodiazepin bekommen und das ist auch noch gar nicht so lange her. Und ich glaube, in manchen Krankenhäusern ist es immer noch so üblich. Und jetzt wird eher unterschieden in das hyperaktive Delir und das hypoaktive Delir. Das hyperaktive Delir braucht manchmal ein Benzo zur Sedierung, weil es sonst einfach das Krankenzimmer auseinander nimmt. Da ist es auch unstrittig. Die weit überwiegende Mehrzahl der Deliranten-Patienten sind aber hypoaktiv. Die postoperativen Deliranten-Patienten sind das meistens. Die alten Patienten sind meistens hypoaktiv. Und bei denen gibt es viele Vertreter, die sagen, es ist sogar ein Kunstfehler, da ein Benzo zu geben. Das soll man nicht tun. Es ist nicht ganz klinische Praxis. Das machen manche so und manche anders. Es gibt ein paar Grundsätze, die unumstritten sind. Also anticholinerge Medikamente absetzen, gute Bedingungen für die Orientierung schaffen, genügend bewässern, gucken, dass alle anderen medizinischen Probleme angegangen werden, Brille, Hörgerät und so. Da sind sich alle einig. Mit den Benzos ist es so, wenn man die Leute fragt, sagen die meisten, ja, ich habe auch schon gehört, dass man das nicht geben soll. Aber nachts um drei, wenn das Delir dann kommt, dann wird doch so ein bisschen Tavo in der niedrigen Dosis angesetzt. Es ist nicht ganz einfach. Die hohen Dosen von Benzodiazepin im Delir sind allerdings nicht mehr üblich. Also sehr vorsichtig dosiert, das sieht man noch. Aber beim hypoaktiven Delir ist eigentlich die Empfehlung, auf Benzos nach Möglichkeit zu verzichten. Und wenn man eins gibt, dann kein anticholinerges. Selbst Diazepam hat eine leichte anticholinerge Komponente, also dann lieber Lorazepam und das auch nur ganz niedrig dosiert. Schau mal an, da habe ich jetzt schon wieder tatsächlich eine ganze Menge gelernt. Gerade auch zur Datenlage beim Delir. Ich hätte gedacht, dass du sagst, also Q-Therapien, Risperdal, das ist so der Standard, den man immer geben sollte. Das ist auch praktisch so. In der Praxis ist das auch so. Praktisch machen das alle. Aber die Meta-Analyse sagt, was, Neuroleptiker? Ich kann da keinen Nutzen sehen. Ja, aber da muss man sich wieder hinterfragen. Das ist ja gerade für so eingefahrene Kochrezepte immer gut, wenn man da mal einen externen Input in dem Fall von dir bekommt. Ja, also mich führt das dazu, nicht mehr so hohe Dosierungen zu geben. Also ich bin bei einem wilden Delir schon noch mit 2 Milligramm Risperdal dabei, aber bei vielen Delirien auch nur noch mit 0,5 Milligramm Risperdal und nicht wie früher da so mit 5 oder 2 mal 5 Milligramm Haldol. Das ist wahrscheinlich sehr viel mehr Schaden als Nutzen. Und jetzt will ich dich weiter in die Zange nehmen. Jetzt stell dir vor, du müsstest eine Notaufnahme, eine ganz allgemeine Notaufnahme, interdisziplinär arbeitend, beraten zur pharmakologischen Therapie. Die müssten jetzt ein paar Therapeutika anschaffen. Denn ich sage bewusst nicht der Rettungsdienst, die haben ganz schwierige Anschaffungssituationen. In der Notaufnahme kannst du bestellen, was die Apotheke so hergibt. Und jetzt würde ich dir sagen, Jan, was brauche ich in der Notaufnahme an Psychopharmaka? Was sind so die wichtigsten Medikamente? Nie dazu lahmen. Das haben wir. Dann haben wir alles richtig gemacht. Also mehr brauchen Sie nicht. Also klar, es gibt natürlich jetzt noch ganz vereinzelte Situationen. Man braucht manchmal einen Antidot. Also zum Beispiel, es gibt den Patienten, der wegen eines Neuroleptikums jetzt extrapyramidalmotorische Symptome hat und sagen wir mal einen Zungenschlundkrampf hat. Der braucht Akineton, damit sich der Zungenschlundkrampf löst. Das muss man also da haben. Das hat aber natürlich auch jede Notaufnahme da. Und natürlich gibt es den opiatintoxizierten Patienten. Da braucht man Naloxon. Gut, das hat aber auch jede da. Dann gibt es das Antidot gegen Benzodiazepine. Das braucht man natürlich auch. Und es gibt Bilder, die sehen psychiatrisch aus, sind es aber nicht. Und dann braucht man die internistischen Medikamente. Man braucht eine Sedierung. Und ich habe jetzt mal so pointiert gesagt, Midazolam in der IV- oder Nasal- oder IEM-Applikationsform ist ausreichend. Jetzt muss man natürlich nochmal differenziert sagen, natürlich ist eine orale Medikation immer zu bevorzugen, wenn das geht. Aus 17 Millionen Gründen. Aber es ist auch völlig offensichtlich, wenn der Patient bereit ist, was oral zu nehmen, soll er es oral nehmen. Gerade bei psychiatrischen Patienten ist Selbstbestimmung das oberste gut. Und wir haben dann immer Lorazepam oral da in zwei Dosierungen, ein Milligramm und 2,5 Milligramm Tabletten. Und damit kann man auch super gut sedieren. Und das ist wahrscheinlich die viel häufiger Anwendung. Also Midazolam brauche ich, glaube ich, dreimal im Jahr und Tavor wahrscheinlich alle zwei Tage. Das braucht man natürlich auch, weil das einfach eine gute orale Medikation ist. Und ja, wir haben schon das Delir angesprochen. Und zumindest beim hyperaktiven Delir will man ja ein Neuroleptikum geben. Beim Delir ist auch nicht unwichtig, das schnell zu machen. Und in der Notaufnahme ist ein Patient ja manchmal auch ein paar Stunden oder sogar wenige Tage. Da gebe ich Risperdal, muss man klar sagen. Also die Haldol ist da der Goldstandard. Ich weiß gar nicht, ob Risperdal eine Zulassung hat, aber das machen schon viele. Ich glaube, Risperdal ist besser als Haldol. Und für das Delir braucht man Risperdal oder ein anderes Neuroleptikum. Die Gerontopsychiater nehmen lieber Quetia-Peam, ist auch gut. Sediert ein bisschen mehr und ist in der Gerontopsychiatrie einfach verbreitet. Also da kann man auch besitzen, ich persönlich befreitze sogar auch bei Gerontopatienten, Risperdal allerdings in sehr niedrigen Dosierungen. Cool, das ist von daher super, weil ich glaube, alles bis auf Risperdal sollte eine sortierte Notaufnahme haben. Und Risperdal lohnt sich sicherlich dann nochmal in der Anschaffung zu überdenken. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank. Jetzt ist die Zeit schon fortgeschritten. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was du uns mitgeteilt hast. Also wir hatten einmal darüber gesprochen, wie akut den psychotischen Patienten anbehandeln. Da hattest du gesagt, dass eigentlich die Sedierung im Vordergrund steht, dass auch das allseits beliebte Haldol in der Akutbehandlung eigentlich erst mal nur sedierend wirken soll. Die antipsychotische Komponente erst später kommt. Und von daher das Intranasale Midazolam als Kochrezept von Nerdfamilien sind schon lange gelebt, auch von deiner Seite mit einem grünen Licht versehen. Das freut uns sehr. Perfekt. Und dann hattest du uns nochmal darauf hingewiesen, dass wir gar nicht so viel rumpanschen sollten mit irgendwelchen Antipsychotika, sondern beim Delir wirklich die Basics beachten sollten. Also die äußeren Umstände optimieren, Brille, Hörgerät und solche Sachen und nicht zu viel Wert auf die Pharmakotherapie legen sollten, da die sowieso in Studien gar nicht so gut dasteht. Und wenn man dann das macht, was dann doch alle machen, hattest du Risperdal empfohlen, Haldol oder Midazolam. Und Risperdal als Neuroleptikum für die Notaufnahme noch so ein bisschen vielleicht als Geheimtipp. Genau. Das ist eine gute Zusammenfassung. Ich will nochmal einen Satz an die sagen, die jetzt nicht wie wir den Fokus auf den besonders herausfordernden Patienten haben. Man muss natürlich nicht jeden Patienten im Notdienst erstmal sedieren, bevor man ihn in die Psychiatrie bringt. Das war jetzt wirklich nur gemeint für diejenigen, wo die Sedierung aus unzweifelhaften Gründen notwendig ist. Und wir haben darüber gesprochen, was dann hilft. Wenn es ohne geht, ist natürlich viel besser und ist wahrscheinlich sogar meistens so. Aber für die Situation, wo es notwendig ist, wären das geeignete Medikationen. Genau. Guter Punkt. Talkdown lohnt sich meistens. Und man darf eins nicht vergessen als Rettungsdienst. Das sage ich immer gerne den Leuten. Da geht irgendwann bei den Patienten die Tür auf und lauter Leute in roten Rosen springen rein. Wenn man dann sowieso nicht so richtig klar bei Sinnen ist, dann denkt man vielleicht, die Müllabfuhr ist da oder die Feuerwehr, so waren die ja mal gekleidet in den 60er Jahren. Das heißt, vorstellen, vernünftige Gesprächsbasis schaffen, das lohnt sich nicht nur bei psychiatrischen Patienten, bei allen Patienten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man es nicht vergisst. Richtig. Das beste Sedativum ist die Zigarette, die der Patient in Ruhe raucht. Wenn man sich zu zweit hinsetzt, man muss ja selber keine rauchen und der Patient raucht eine Zigarette. Es dauert zwei Minuten, wirkt viel schneller als Tavor, ist weniger nebenwirkungsreich als Mida Zolam und beruhigt die meisten Patienten sehr gut. Damit kann man bei 95 Prozent der Patienten ausreichenden Erfolg erzielen. Perfekt. Jan, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.